Hallo und willkommen zu diesem Mieter. Jetzt sehen Sie hier, dass ich da ein entsprechendes Dokument in den Händen halte. Und mit diesem Mieter möchte ich Ihnen Mut machen, und zwar, Sie sehen hier ein noch leeres Dokument mit dem Antrag für eine Arbeitslosenentschädigung. Und ja, das habe ich damals alles ausgeführt und entsprechend mich damit beschäftigen müssen. Und ja, möglicherweise werden Sie jetzt auch sich fragen, warum mache ich da ein Video? Ganz einfach, ich möchte Ihnen Mut machen, dass das gar nicht so schlimm ist, sich damit zu beschäftigen, mit der Arbeitslosenentschädigung, was man da alles beachten muss. Und wenn man sich damit beschäftigt und sich da wirklich, ja, damit auseinandersetzt und arbeitet, dann kann es sein, und es wird auch sein, dass dann in wenigen Tagen, Wochen, Monaten später ein Brief kommt. Und zwar, hier sehen Sie, dass ich da entsprechend eine Abmeldung habe. Also es ist durchaus möglich, auch schon Anfang des Jahres, wie Sie hier erkennen können, dass man da, also in diesem Fall ist ja das auf mich bezogen, ja, dass man da entkommen kann und ja, einen neuen Weg gehen kann, wenn man sich da entsprechend darum bemüht und sich damit beschäftigt. Ich empfehle es Ihnen einfach, sofern Sie da betroffen sind, den Mut nicht zu verlieren und es funktioniert. Sie sehen, Anfang des Jahres, also durchaus möglich, einfach glauben Sie an sich und gehen Sie Ihren Weg, dann wird es funktionieren. Es ist nicht immer so einfach, das zu machen, aber es funktioniert, ja, einfach Mut haben, auf Firmen zuzugehen, anzufragen und zu fragen, ob eine Möglichkeit besteht. Und dann, wenn man gewillt ist, einen Weg zu gehen, dann ist es auch entsprechend, ja, möglich, aufgrund von meinem entsprechenden Beispiel, hier, ich zeige es nochmals, das ist die entsprechende Abmeldung und zwar, auch das Datum sehen Sie hier, also durchaus möglich, anfangs des Jahres hier und ja, in diesem Sinne, bleiben Sie dran und wenn Sie auch betroffen sind, ich weiß, wie es ist, es ist nicht lustig, aber aus dieser Situation kann man wieder rauskommen. Ich habe es bewiesen, es geht und einfach dranbleiben und auch bei dieser neuen Stelle einfach dranbleiben, lernen, Lernbereitschaft zeigen und dann wird es entsprechend für dieses Jahr funktionieren.